Real-Time-Marktmanipulation Gehen wir jetzt nochmal drauf ein, das ist etwas, das sehen wir auch sehr selten, weil ja gerade die Frage kam Limit Orders, sind die gefährlich, sollte man aufpassen Wenn wir Limit Orders haben, wie hier, die spontan reingelegt werden, kurz bevor der Markt vorhin kommt, sind sie meistens echt Das führt oft dazu, dass wir halt eine starke Absorption haben und auch ein starkes Widerstandslevel bilden, wo der Markt dann halt einen Abpraller in dem Fall macht Das ist, was bei starken Limit Orders, die dynamisch reinkommen, sehr oft der Fall Was wir bei älteren Limit Orders oft haben, ist, dass der Markt die Limit Order rausnimmt, ein kleines Stück korrigiert und dass wir dann in die Bewegung weitergehen Jetzt was ganz interessant ist, wir haben ja jetzt gerade eine Real-Time-Marktmanipulation von einem Algo gesehen Wir hatten hier ganz lange eine Liquidität liegen, die den Markt angezogen hat Nicht immer, weil nur irgendwo der Limit Order oder Liquidität liegt, bedeutet das, dass der Markt zu diesem Bereich hinrennen muss Das ist ganz, ganz wichtig Dann kurz bevor der Markt da war, gab es einen Downshift, um quasi nochmal mehr Algos zu triggern, jetzt da rein zu traden Und sofort shiftet die Liquidität nach oben Und wie reagiert der Markt darauf? Er geht sofort ein Stück runter Wir finden keine weiteren Verkäufer Und sobald wir sehen, dass Käufer wieder reinkommen, wissen wir, super, wir können reingehen, weil wir wissen, die Liquidität ist nach oben geschifftet Der Markt wird wieder in diesen Bereich hingehen wollen Was macht der Markt? Der Markt beschleunigt und nimmt dann letztendlich die Liquidität raus Das heißt, derjenige oder der Algo, der hier die Liquidität bereitgestellt hat, hat den Markt so manipuliert Dass er es geschafft hat, dass der Markt vier, fünf Ticks weiter hoch gedrückt wurde Und er so eine viel bessere Execution für seinen Trade bekommen hat, als er eigentlich haben wollte Und hat quasi hier in Real Time, ihr habt es gerade live gesehen, den Markt manipuliert Um den Markt da hinzudrücken und schaut, wie der Markt reagiert Der Markt hat diese Manipulation erkannt, hat die Algos erkannt und geht erstmal in eine Seitwärtsphase über Weil sie jetzt alle denken, hm, warum wurde das getriggert, warum ist das passiert, was ist jetzt für uns interessant Und der Markt macht erstmal eine kurze Phase Nichts, weil wir gerade eine wichtige Real Time Markt Manipulation hatten, wo der Markt einfach mal ein Stück hochgezogen wurde Und ihr seht, Käufer sind alle weg Keiner hat mehr Bock da drauf Wir sehen es ja auch im Footprint, der Markt exhausted komplett Hier oben wurde ein bisschen die Liquidität rausgenommen, das war ja das hier Und das war es Das war die Real Time Markt Manipulation Der Markt wurde ein Stück höher gebracht, als er eigentlich vielleicht wollte Findet dann keine Käufer mehr Derjenige, der besser rauskommen wollte, ist besser rausgekommen Und jetzt dreht der Markt erstmal und korrigiert Und wir sehen, die Käufer sagen sich, okay, bye bye, wir haben erstmal keine Lust mehr darauf Und das war eine Real Time Markt Manipulation